Hallo liebe Community, ich wollte nur kurz ein Video machen, warum zurzeit nicht mehr so viele Videos kommen. Das ist der einfache Grund, weil ich gerade am Sack-Syndrom leide. Mir geht alles gerade am Sack, da meine Schizophrenie in dieser Zeit wieder sehr anstrengend ist. Ich habe viele Symptome von der Schizophrenie, wie zum Beispiel eine leichte Persönlichkeitsentfremdung. Und das macht die ganze Sache natürlich schwierig, weil ich, ja, ich habe nicht wirklich Bock gehabt, bin sehr unmotiviert. Und ja, aber ich schaue wieder, dass mehr Videos kommen, weil es eigentlich macht es mir ja Spaß, ne. Aber dabei ist halt ein bisschen blöd mit meinem gesundheitlichen Zustand. Und das demotiviert mich ein bisschen. Ich bin sehr schlapp in letzter Zeit. Und ja, aber ich werde wieder schauen, dass regelmäßig Videos kommen. Das habe ich jetzt beschlossen, hier und jetzt vor der Kamera. Also freut euch auf die neuen Videos. Ich bin wieder am Start. Na gut, das war's auch schon wieder. Und ja, lasst ein Abo und ein Like da. Für diese traurige Story. Na passt. Dann, ciao Leute.